Heute haben wir Comics bewertet, wie eine Fabel zum Beispiel. Mir haben viele Comics am meisten gefallen, vor allem wenn es über die Wissenschaft ist, weil ich liebe die Wissenschaft, also ich würde gerne darüber mehr lernen. Ich habe über Mais, Erbsen und viele andere wissenschaftliche Dinge gelernt. Wir sind hier im BNA Open Lab, das ist ein Mitmachlabor und heute haben wir die DNA-DetektivInnen. Das heißt, wir haben uns DNA im Mikroskop angeschaut, wir haben uns Zellen im Mikroskop angeschaut und die Kinder durften selbst DNA isolieren. Ich merke die Wissenschaft Uhr und ich hoffe, dass ich nochmal hier kommen darf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.